ARD Text im Auftrag von Funk So, was haben wir? Ah, dann kommen wir wieder neue Gegner, was soll das sein? Boah, der hat ne geile Waffe. Die würde ich mal gerne haben. Was hat der bitte für ne Waffe gehabt? Was hat der bitte für ne Waffe gehabt? Gibt es da keine aufheben jetzt, echt nicht? Gibt es da keine aufheben jetzt? Echt nicht? Schade, war bestimmt ne geile Waffe. Lucky glaubt, dass ich alle Probleme mit einer Waffe wissen muss. Du musst es mal begreifen. Der Rächer, jeden verfolgt nicht. Das ist die neue Hand vom Killer, mit der wir es zu tun haben. Eine Waffe kann nur ein Problem nennen. Wenn du jemanden schnell töten musst. Scheiße, was? Wenn du deinen Gegner nie siehst. Was wäre denn der Team ohne das Ding? Wir würden das nicht verstehen. Ich werde in der ersten Reihe sitzen, wenn er den Club ausscheidet. Was ist das denn für eine Waffe, Alter? Was ist das denn für eine Waffe, Alter? Schnell in Deckung. Der hatte wieder so ne geile Waffe irgendwann, ne? Die habe ich glaube ich schon, ne? Deswegen kann ich die nicht aufheben. Welch ist denn das? Die hier? Ach ne, keine Ahnung. Egal. Ja, würde mich jetzt aber eigentlich schon mal interessieren. So. Okay. Vielleicht warst du die Waffe hier auch genommen. Kann ich nicht sagen. Geh auf, verpässt dich. Ich nehme auf. Alles klar, los geht. Mein Vermächtner. My Rex Vermächtner. Lucky Quinn bekommt den Gatsburger Steck. Die scheiß Mumie und sein Schläger-Trop sind das alte Schickladen. Ich versuche jetzt zusammen, vielleicht bringt's das ja. Oh Gott. Back here. Ja. Den Karr schränk dich ein. Und auf, der andere Waffe. Ja. 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 Ja, hier ist noch mal einer. Irgendwo. Oh, da kann ich was besseres werden. Der Mann hat eine Waffe, ruf hier! Ja, der Mann hat eine Waffe! Was? Was? Für alles. Für was eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht wieder... Notrufzentrale, worum handelt es sich? Sonstrufe ich sicher nicht, die Polizei, aber jetzt könnten wir Kopf gebraucht. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo? Ein paar Antworten kriegen. Und meine Schwester. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steht. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Interessant. Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Och je. Tausend XP, oha! Wir schauen jetzt mal was nach, denn es hieß ja mal, wir können uns für etwas Geld und sowas bei einem Laden einkaufen. Jetzt kann man gucken, wo das ist. Wo ist denn unser Versteck überhaupt? Das ist doch gerade die Frage. Da war doch irgendwo in der Nähe dieser Laden von diesem verrückten Mann oder so, ne? Da würde ich gerne mal hinschauen. Da war das? Was? Fast stecken. Ne, ne, ne. Das war doch. Oder war es da? Wollen wir eine Schnellreise dahin? Tobias? Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine scheiß Angst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu. Ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeugistenweise. Undercover. Die Frage ist nur... Wozu? Und... Und... Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Hm. Meere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder müsste äh... Tool und... Nee, befinde sich jeweils ein vorgebrochener Räuber. Finden sie alle neue Kisten und anspeln? Okay. Woher sehe ich denn welche Waffen? Okay, aber woher weiß ich dann welche Waffen... Und so, ne? Vor allem, wo ich denn unsere... Verstecken mit dem Labor und sowas... War das hier wo? Hier war doch irgendwo der Laden von... Äh... Moment, das interessiert mich jetzt. Hier ist doch irgendwo dieses... Versteck... Hier... Ich hab's auf jeden Fall auch eine Schneuereise. Und hier... Kann doch gar nicht sein, hier muss es doch irgendwo gewesen sein, oder? Wo ist denn überhaupt dieser Typ, wo, wo mir, äh, dieser Typ da, äh, ne, dieser, ah, wie hieß er dann, wo mir doch diese Sachen freischaltet, äh, wo mir diese Sachen verkauft und sowas? Der Laden von diesem, wo es gerade eingerufen hat. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn eigentlich schon? Vier. Fünf Brommer aber. Na, war das Gang-Versteck da mit dem Geld? Äh, XP. Okay, Punkt, ja genau, schön. Ich bin gerade zu blöd, unser Gang-Versteck. Wir hatten doch dieses Versteck da, wo wir dann dort vorher da, mit dieser Brücke da, ne, auf und zu, die Brücke. Na, auf jeden Fall, da war man ja, da war noch dieser Laden von dem, wo wir einkaufen können und da gibt's bestimmt irgendwas Schönes, ne? Also, soweit ich weiß, kann man sich da schöne Sachen kaufen. Nun weiß ich gerade nicht mehr, wo das war. Das ist das Problem. Wenn ich wüsste, wo das wäre, dann wäre das gar kein Problem, aber ich weiß es nicht. Ja. 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 Na ja. Wer werden das denn, denke ich, noch früh genug finden? Ja. Boah, verdammt. Heilige Scheiße. Ich, äh... So, okay, dann, äh... Geben wir mal hierhin und, äh, von wegen, ernehmen... An gute Drogenköche kommt man nur schwer an. Wenn die Viceroy's den Kalb schützen, kann ich ihnen wirklich schaden. Ich nutze ihn und schicke so eine Botschaft an alle Hobbychemiker. Okay, der Bestimmungsort erreichen ist nicht weit. No. Puh. Ich soll erstmal noch hier von den Leuten ein Profil anlegen. Ausgebildete Scharfschütze.